so hallo willkommen zurück im camp okay wir haben jetzt neue runde wir sind wieder wir sind diesmal zu viert mal gucken wie ich mich hier anstellen werde und dann spare ich auf ja das große schwert zwei handeln sehr gut ich habe mein video gesehen und da hat ein typ in der horde einfach lange waffen genommen seine computerleistung war gut genug um alles hier super für sich zu halten auch im multiplayer aber naja ich hab ein schild ich bestelle das acker so diesmal klappt es aber glaube ich besser wo kommen die von da schützen auch wenn er jetzt wieder da ist gewesen in dem moment wo ich sage verschwindet er natürlich das schicksal lacht mich doch aus also jetzt hast du ihn so ich habe überlebt ach sind ja noch hier hoch äh jetzt sind wir zu fünft zu fünft da kommt das so zu fünft ich glaube ja die macht die macht die schade ich will das groß Das schreckt, hmmm. Ähhhhh. Braut der Hilfe? Lieber ja. Hey! Ach, ok. Friendly Fire ist aus, ok. Wow! Hey! Heile ich eigentlich passiv? Also regeneriere ich meine? Nein! Ok! Ach, nehme ich Bandagen? Ich weiß nicht. Ok. So, bist du auf? Was machst du da? Wettchen vorfallen. Sag mal. So, und wo? Ah ja! Ah ja! Ah ja! Ah ja! Ah ja! Ah ja! Okay. Ah ja! Ouch! Nein. Nein. nein nein oh mein himmel ich bin zu feige naja was heißt ja ich bin zu feige ich trau mich nicht zu parieren okay muss diese angst überwinden lieber tot als nicht parieren können so hätte ich habe 50 gold das sind die punkte aus fünf richtungen hatte gerade jemand eine flasche geworfen lol boah wie schnell springt er ich mich zur seite lehne jawohl wir leben noch hier jawohl aha jetzt kann ich das die das große versorgen wo war da noch mal da war der hehehe hei 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 geil und ich nehme mir noch eine bandage sehr gut so 60 aus wieder 5 gestimmt ah ja so jawoll jawoll gar nicht verrecken ich denke mal schmeißt der mit scheiße äh so mit 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 kot auf mich oder was nein oh mein gott weil ich stecken geblieben bin nein 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 wir leben ja ich bin der erste weg auch toll weil ich das stecken geblieben bin nein nein aber das großschwärts super ich bin der erste weg so gönnen glaube ich mal die beine die gabel da war die rüssel ne auf akt mittlerer helm Toll! Jawohl! Au! Toll! Toll! Da ist doch irgendwo... Ah ja, nicht wirklich ein Bogenschreiber! Au! Ich sollte abhauen, 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 abhauen! Heilen! Oh! Nein! Nimm das Schwert, Mann! Nein! Ich sehe nichts! Ich bin blind! Gewesen! Jawohl, pariert! Oh! Ha! Totgetreten! Cool! Oh! Ich frage mich, wo der Puffkorb ist! Wo ist der Puffkorb? Der mittelschwerer Puffkorb? Hinkerschert! Oh! Yes! Aber ich bleibe beim Puff! Ich brauche eine bessere Rüstung! Wo ist der mittelschwerer Puffkorb? Oh! Wirklich, wow! Gibt es hier etwas zu kaufen? Uh, Bandagen, ich brauche Bandagen! Genau, Bandagen sind sehr gut! 11 4, abhauen, abhauen, abhauen... So! zum glück kann man hier so super sprinten oh mein gott ich brauche wirklich eine bessere rüstung schwere dütsch äh hippe nein langschwert nein schwere axt nein hippe nein bittere beine dama kurzschwert nein bandage ach du bist auch noch bandage curve bow hoffaxt fente ein hoch auf unsere leute mensch sonst muss ich halt dabei eine leichte rüstung anziehen ich zieh schon mal ein mittel an was geht und helden geht hin nein dann geht nicht gut drei drei armbrust schützen nein block 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 nein oh mein gott ich muss doch viel block die war Oh oh! Dann suche ich mal Weiswissen, die ich da bewusst bin. das ist auch eine variante er hat 53 ja kein wunder dass er das kann ok 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 welche Beine habe ich? nein, habe ich nicht welche Beine? nein, Moment Scheiben ah, ich habe das falsche nein, oh mein Gott ich bin ein Dödel ich bin ein so professioneller Dödel oh, nein gut, dann ziehe ich mir eine Hauptbahn, was soll ich ich bin ein Dödel 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 Es ist echt kein blassen Schimmer, wo der mittlere Brustpanzer ist. Brustmesser war ja toll. Hier sind schwere Beine, da ist ein schwerer Helm, dann ist dort, glaube ich, eine schwere Brust, genau. Aber wo ist die mittlere Brust? Stab-Axt. Oh. Da ist die mittlere Brust. Oha. Boah, ist die weite im Pferd vom Rest. Au. Fünf, vier, drei, zwei, eins. So. Ich habe noch Mandagen. Die Mandagen habe ich noch. Sehr gut. Ui. Au. Du, kleiner. Quadräger. Du, kleiner. Ist doch geblockt. Nein. Ipss. ja wieviel sind das 51? ja toll jetzt gehts los mit der kleinen leistung 21 Minuten ja ich würde sagen das war's mit dieser folge und wie es in heute modus naja weiter geht das sehen wir glaube ich in der nächsten danke fürs zuschauen